Hallo zusammen, hier ist der Matthias von einfachboot.de. Ich möchte euch heute etwas über Ladungssicherung erzählen, wie das Boot sinnvoll auf dem Trailer zu verzurren ist. Dazu habe ich euch handschriftlich, verzeiht mir meine Zeichenkünste, etwas vorbereitet und würde euch jetzt zuerst das erste Bild erklären wollen. Jetzt sieht man, wie das Boot auf dem Trailer steht. Wenn es steht, also nicht fährt, ist es auch sicherlich ausreichend. Es rutscht nicht weg, es rutscht nicht nach vorne, nicht nach hinten. Aber, was passiert zum Beispiel bei einer Vollbremsung? Ich meine, man sieht ja die ganzen Fail-Videos bei YouTube und wie das in Amerika halt entsprechend nicht funktioniert, wenn Leute gar nichts mit Ladungssicherung zu tun haben und dann einen Auffahrunfall haben. Wie könnte sowas dann aussehen? Das zeige ich euch als nächstes. Nehmen wir mal das Beispiel einer Vollbremsung. Ja, was passiert? Der Hänger bleibt stehen und das Boot nicht. Das Boot möchte dann nach vorne und wahrscheinlich steigt es auch noch nach oben auf und das wollen wir vermeiden. Dazu schauen wir uns mal im nächsten Bild die Kräfte an, die dort wirken. Maßgeblich haben wir hier zwei Kräfte, die dort wirken. Einmal ist die nach vorne gerichtete Kraft hier grün eingezeichnet und dann im nächsten Bild haben wir die nach oben wirkende Kraft hier orange eingezeichnet. Das sind die beiden Kräfte, die hier vorherrschen, grün deswegen, weil halt der Hänger stehen bleibt und das Boot nach vorne möchte. Und nach oben die orange Kraft, weil das Boot dann entweder durch den Windenstand angeleitet oder aber spätestens über den Kofferraumdeckel nach oben möchte. Dagegen gibt es aber eine Erfindung, die heißt Spanngurte und wie wir die Spanngurte da am besten anbringen, dafür gibt es dann jetzt hier die nächste Skizze. Ihr erkennt hier die Farben wieder. Orange soll den Spanngurt symbolisieren, der die Kraft, die nach oben wirkt, aufhebt und grün soll die Spanngurte symbolisieren, die die Kräfte aufheben, die nach vorne und nach hinten gerichtet sind. In der ersten Skizze vorhin, wo die Kräfte wirken, wurde die Kraft nach vorne eingezeichnet, aber logischerweise schützt man das Boot auch davor, dass es nicht nach hinten vom Hänger rutscht. Und so ergeben sich dann insgesamt acht Spanngurte, wenn ihr für jeden Anschlagspunkt einen benutzt. Solltet ihr das nicht können, ausgrund der, weiß ich nicht, ich habe keine Klampe an der Stelle, dann könnt ihr das Boot zum Beispiel vorne an der Spitze auch einmal komplett umgreifen. Allerdings achtet bitte darauf, dass ihr, wenn ihr mit der Handratsche anzieht, da nichts beschädigt, wie zum Beispiel die Scheuerleiste. Da gibt es dann entsprechend Materialien, die man sich kaufen kann. Das nennt sich dann meistens Kantenschutz. Alternativ kann man auch einen dicken Lappen nehmen oder irgendwas aus Gummi. Es gibt die Waschmaschinenunterlagen in ganz dünn. Die könnte man zum Beispiel nehmen. Da wiederum aufpassen, dass das dann keine Abdrücke hinterlässt in Form von Farbveränderung auf dem Gehgurt. Wenn das Wetter wieder schöner ist und ich mein Boot nach Hause geholt habe, mache ich euch auch gerne ein Video direkt am Boot. Ich denke, dann erklärt sich so manches noch ein bisschen besser. Es ging mir jetzt aber in erster Linie darum, da so einen ersten Eindruck zu vermitteln, was richtig ist und wie man sich mit einem Boot auf die Straße trauen kann, was so auf dem Anhänger gesichert ist, dass es sicher, sicher ist. Jo, wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo für meinen Kanal. Alles Gute, danke!